Ich bin ja in der DDR groß geworden und ich weiß, dass sich Einmischung lohnt. Wir sind damals auf die Straße gegangen und wir haben richtig viel verändert. Es war eine Revolution, eine friedliche Revolution. Und heute bleibt das. Einmischen lohnt sich. Es gibt Rechte, es gibt Reaktionäre, die wollen dieses Land hier wieder zurückboomen in die Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Und ich sage nein, nicht mit uns. Wir werden uns weiter einmischen, wir werden weiter für die Demokratie kämpfen. Heute haben wir Leute, die den Klimawandel leugnen. Auch für die gilt, glaubt bloß nicht, dass wir nicht weiterhin dafür kämpfen, dass klar ist, wir brauchen in dieser Krise die Klimarevolution. Und deswegen einmischen lohnt sich und einmischen macht auch Spaß. Ich habe es probiert und es gilt auch für alle anderen. Macht mit, mischt euch ein, es kommt drauf an, es geht um viel.